Moin moin zusammen, es geht weiter in Lost Ark. Wir spielen natürlich wieder Zauberern, die sich mittlerweile zu meinem Main entwickelt hat und wir sind hier im Düstergrat Dungeon, haben jetzt gerade Stufe 48 und unser Gearscore beträgt 226,66. Das ist der schwere Düstergrat Dungeon und befindet sich hier auch in den Zwielichtnebeln auf Annika. Das ist hier die erste Hauptinsel im Grunde genommen, auf die ihr kommt, nachdem ihr die ganzen Pilz- und Kobold-Quests gemacht habt. Und ja, wir frönen jetzt einfach diesen wunderbaren Game und genießen den Dungeon. Specktechnisch bin ich super zufrieden mit der Zauberin, ist sehr sehr geil ausgebildet und da werden wir jetzt auf jeden Fall Action machen. Gucken wir mal, wie gut wir durchstehen, aber ich denke, wir werden gut klarkommen. So, mittlerweile gibt es neben dem EU-Sancho auch eine weitere Region, nämlich EU-West, für all jene, denen die Situation auf dem primären, älteren EU-Sancho-Servern zuhaarig ist. Die haben die Möglichkeit, nach EU-West umzuziehen. Ihr könnt dort auch dann nochmal Items eurer Founders-Packs erhalten, wenn ihr in einem gewissen Zeitraum X dann entsprechend diese Founders-Packs bekommen habt. Das müsste eigentlich bis zum Launch gewesen sein. Die Zeit steht aber auf der LostArc Playlist. LostArc.com-Seite nochmal im Detail beschrieben, was das alles umfasst. Was leider nicht passiert ist, dass ihr einen Chart-Transfer machen könnt. Das heißt, ihr müsst schon von vorne anfangen, aber ihr habt die Möglichkeit, eben die Items eurer Founders-Packs dann eben zu nutzen. Die Founders-Packs-Items, die ihr auf dem primären Server, auf dem ihr zur ersten Chart erstellt hattet, die bleiben dort auch erhalten. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen zwei Founders-Packs, aber halt natürlich in unterschiedlichen Regionen. Und als ich das letzte Mal geguckt hatte, sah der Stand noch auf der EU-West-Seite sehr, sehr gut aus. Das heißt, da könnt ihr schon eher damit rechnen, dass ihr da keine bis sehr geringe Queues habt. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob die Leute da entsprechend auch mitziehen oder nicht. Das ist immer so die Frage, da halt eben kein Chart-Transfer am Start ist. Vermutlich werden aber eher dann die Leute, die noch nicht seit dem Headstart dabei sind und schon viel Zeit investiert haben in ihre Chars, da dann vielleicht eher die Tendenz dazu haben, auf diese anderen Server zu wechseln. Es bleibt zur Hoffnung aktuell immer noch zu High-Times. Also unter der Woche hat man abends Queues zwischen 12 und 16k. Am Wochenende stellenweise auch tagsüber bis zu 18k. Zumindest mal hier auf Asta. Da geht schon gut Action. Das muss man mittlerweile, muss man sein Real-Life um diese Queue-Times rumplanen. Ich habe stellenweise die schnellsten Supermarkt-Runs meines Lebens mittlerweile hinter mir. Weil es sind natürlich immer 30 Minuten Zeit, bevor man gekickt wird. Ich benutze natürlich keine Skripte oder sonst irgendwas. Sondern ich habe halt einfach ganz normal meinen AFK-Timer von 30 Minuten. Ich springe dann immer schnell zum Einkaufen, gehe schnell einkaufen und hoffe, dass ich nicht irgendwo noch in der Kassen-Queue stehe. Was natürlich gerne mal dann auch gerade dann passiert, wenn man eben Lost Ark zocken möchte. So, das hier ist ein wunderschöner Dungeon. Außer die ganze Annika-Insel ist ja, hat ja starke asiatische Einflüsse. Sieht man ja auch hier, also die ganze Architektur. Draußen ist das natürlich noch deutlicher. Und das ist auch ein schöner Kontrast. Sie führen einen so ein bisschen wie in so einem Erlebnispark, finde ich, durch die verschiedenste Settings. Und das machen sie aber sehr gut, weil sie halt extrem viel Liebe zum Detail einfach an den Tag legen. Und das macht dann halt einfach sehr viel Spaß, auch hier beim Lost Ark unterwegs zu sein. Ich freue mich schon auf die Chaos, auf die Abrund-Dungeons, Void-Dungeons. Und auch alles, was jetzt dann mit 50 dann freigeschaltet wird. Da hat man dann doch nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, um seine Zeit hier zu verbringen. Wobei jetzt auch schon natürlich viel möglich ist. Gerade auf Stufe 48 mit Festungen, mit Schiffen. Und natürlich der ganzen Sammlerei, die man ja sowieso im Start hat. Witzigerweise sehe ich in den Kommentaren oftmals, gerade bei Steam, dass bei den Negativ-Kommentaren die Leute sich beschweren darüber, dass es ein Grind wäre. Kann man so sehen. Aber ich finde, was ist ein MMORPG A ohne Grind? Bisher habe ich aber jetzt zumindest auch noch nicht irgendwie stupide rumgrinden müssen. Und auch im Endgame ist es so, dass ihr, natürlich müsst ihr auch grinden. Aber ihr habt ja viele verschiedene Möglichkeiten trotzdem, um auch euren Chart zu pushen. Und von daher sehe ich das auch eher als was Positives, als was Negatives. Wenn die Leute wirklich einen Grind sehen wollen, damals zu AION-Zeiten, wenn ich überlege, wenn ich allein schon von Stufe 35 auf 36, da habe ich schon zweistellige Millionenbereiche gebraucht für XP. Und stellenweise nur in einem Gebiet einen Tag lang an einer Stelle quasi 50 Quadratmeter Umkreis Mobs gefarmt. Das war Grind. Das ist hier nicht so. Und naja, aber egal. Ich will nicht, dass die Leute den Eindruck kommen, hier ist ein Fanboy unterwegs. Ich spiele das Ding hier schon seit Korea. Und es hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Hat sich mittlerweile nochmal deutlich entwickelt. Und zwar in eine sehr positive Richtung. Mal unabhängig von den ganzen Launch-Problemen, die wir jetzt hatten. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Alles andere ist dann halt Geschmackssache. Es gibt natürlich noch genug andere MMOs auf dem Markt, wer damit nicht zufrieden ist. Wechselt einfach auf ein anderes MMO und der Käse ist gegessen. Vier brauen wir noch. Da sind sie. Und man sieht ja, die schenken gut einen, ne? Buff-Food wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber gut. Einer ist noch da. Wo ist er? Wo sind die Mokoko-Seeds? Aber irgendwas zum Buffen. Wir könnten noch ein Bier nehmen. Trinken wir ein Bier. Das ist das einzige Buff-Food, was wir jetzt noch haben. Bisschen Geschick. Das war ein Blutschaden. Aber hat er neben gerotts. Das ist immer das Beste. Die Moräne. Was geht denn da? Kein Wasser, aber hier. Die Pferde ist Moräne am Start. Die Soundkulisse ist einfach super deluxe. Auch diese ganzen Details. Ich stehe hier und denke mir, okay, was ist das unten? Was funkelt da unten? Was ist das? Dieser strange, alienartig geformte Boden so. Also die ganzen Dungeons, ich liebe die Dungeons einfach. Die Dungeons sind super deluxe. Auch die Boss-Fights machen gut Spaß. Sie sind jetzt nicht außergewöhnlich. Es gibt natürlich am Zoom also ein paar Boss-Fights, die dann doch schon mal ein bisschen anders sind. Also im Vergleich zu dem, was man sonst so kennt. Da gibt es jetzt keine Innovation, finde ich. Aber die Bosse haben zumindest auch eine erkennbare und gute Mechanik. Und das ist schon extrem wichtig. So, haben wir jetzt schon einen Job? Jopp. Jetzt muss ich jetzt nicht mal mein Inventar aufräumen. Mokoko, wo bist du? Ja, und auch alleine, Achtung, Spoiler. In der ersten Kathedrale. Nach dem Prolog. Da muss man jetzt auf die Idee kommen, die Wände so entlang zu laufen, dass man da dann entsprechend einfach durchflippt. Wie damals bei Doom. Oder Juknukem 3D war es auch so. Aber bei Doom war es ganz hart, weil da war es ständig so. Ich bin dann irgendwann ja nur noch die Wände eigentlich abgelaufen. Hab die ganze Zeit halt die Benutzten-Taste gedrückt. Weil überall konnte in irgendeiner Wand ein Geheimgang sein, der dann eben uns zu weiterem Loot geführt hat. Bei den Mokoko-Seeds ist es für die noch übler, weil stellenweise noch Mechanismen hinten dran stehen. Zerstöre XYZ. Oder für die bestimmten Barrikaden, bei denen man dann einfach eine ganze Truppe braucht, um dann dauerhaft Schaden zu machen. Weil eine Barrikade quasi die HP hat eines World-Bosses. Ja, das ist die sadistische Ader von Spygate, definitiv. Aber es ist halt eine gute Idee. Gerade die Mokoko-Seeds, finde ich, ist halt ein gutes Mittel. Also ich bin auf jeden Fall gehockt. Ich will die Mokoko-Seeds. Es lohnt sich ja auch. R.K.A. Abenteuerbuch und auch Sammlerstücke. Aber auch der Vorteil, den ich dann sehe, ist halt, dass ihr... Also ich achte dadurch deutlich mehr auf meine Umgebung. Also im Detail und entdecke dadurch viele Sachen, die sie umgesetzt haben. Die ich so vielleicht gar nicht im Tranen sehen würde. So haben wir da Kampfesmut unterwegs. Wie oft bleibt man dann stehen und guckt sich mal das alles so genau an, was sie da so in Liebe voll gestaltet haben. Das ist nicht so häufig. So, wie war jetzt immer noch entfernt vom letzten Punkt? Was nicht immer ein Gratmesser ist. Siehe Grab des Königs, da denkt man am Anfang auch hier Friedhof-Map. Denkt, okay, das ist aber ein kurzer Dungeon. Wenn du am Ende ankommst, ist erst mal Action-Time mit dem Drachen, ne? Suckbos! Verarschen! Also macht immer seinen Pakt mit dem Suckobus. Bobby und Dean, äh Bobby. Sam und Dean werden die euch nicht immer retten. Bobby anrufen geht auch nur... Begrenzt. Das ist richtig, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du es. Na, hä? Ich will nicht so laut schreien, ne? Ich will nicht so laut schreien. Ich will nicht so laut schreien. Beide dich aber, bitte. Mein lieber, Bande. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Yin-Yang-Style. So, jetzt checken wir erst mal seine Mechanik. Movement, 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 movement. Okay, okay. Mach dir eine auf Buddha-Ninja. Nicht verwechseln mit Buddha-Ninja, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, 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 ja. Ne, 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 ne. Da fangen wir gar nicht erst an, Kollege. Wir gucken erst mal, was du hier so machst. Du wirklich viel Action machst ja nicht, Kollege. Das wird nix. Das wird nix. Das sage ich ja gleich. Oh, kann man schön Schaden machen, weil... Ja, doch, meiner muss nicht allzu viel Action machen. Zweite Phase, ja. Um seinen Schild zu brechen. Probieren wir's mal. Wenn wir was sehen, ne. Wo bist du hin? Ja, ich dachte, das ist unsichtbar gemacht. Da erinnert mich an Dalsim, wenn er da einfach in die Schwebe-Meditationsform geht. Na, come on. Bleib mal hier. Schön, nein, 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 nein. Das ist das Schöne, dass man die Kast... ...Skills abbrechen kann, weil ohne, dass das irgendwie zu Konsequenzen führt. Ah, ha, 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 ha. Das wird knapp. Das wird, das wird knapp. So, es wird Zeit für die Herren von Lutera. Wenn die denn kommen. Ne. Let's beat' ich. Okay. Wir haben jetzt nicht, dass wir schon mal eine Rüstung down geht, Leute. Jetzt. So. Noch mal ein bisschen Luft. Zack. Aber war knapp. Soldaten habe ich gar nicht gebraucht. Ho, ho. Ja. Was hast du gedacht, was passiert? Nein, du hast es ruiniert. Der Gestank des Todes, der Annika verschlang, war euer Werk, Weikers von der Herbst und Legion. Das ist doch die Macht eines Sternenburten. Ha, 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 ha. Dann breche ich uns ab. Dieses Reich. Einstürz. Besser ging doch gesetzt. Dieser Ort bricht zusammen. Wir müssen weg von hier. Sofort. Wir sehen uns wieder, wenn das Schicksal ist. Ha, ha, ha. Aber tatsächlich, äh, Dingsebums, ne? So, das habe ich reparieren lassen. Das kann ich auch direkt übers Pad machen. Wir checken. Und Salut. Das kann man ja nicht einsetzen. Dann fliegen wir mal ganz kurz raus. Und flöten das Lied der Flucht. Auf unserer wunderschönen Pan flöten. Ich muss sagen, Annika hat mir gut gefallen. Es gab nur eine Map irgendwie, die war nicht so, so nice irgendwie, weil es einfach voll war mit, mit Ads, äh, mit Mob. Man hat überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, mal, äh, irgendwo mal inne zu halten. Man muss die ganze Zeit gar nicht durchboxen. So, da haben wir einen neuen Stab. Das ist schon mal sehr schön. So, Langstab der Höllenbruttäuschung. Gut, Bedingungsgefälligkeit geht da runter, aber ist wurscht. Zieh mal an. Und ich hatte eigentlich auch noch eine Kiste, deswegen war ich, äh, vom Gearscore ein bisschen niedriger, als ich eigentlich hätte sein sollen. Da habe ich nämlich noch die... ...Drops von Chu, dem World Boss hier. So, da haben wir ein Schulterstück, das sind Flohnen. Wo so abtrünnigen brauchen wir nicht, die Ewigkeitsessenzen braten wir auch. Und... So. Und somit sind wir hier auch durch den Dungeon. Hat auf jeden Fall Laune gemacht, war ein recht kurzer Dungeon für Lost Ark. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, wo spielt ihr, was spielt ihr für eine Klasse am liebsten. Und, ähm, worauf freut ihr euch, äh, doch in eurem Status des Level-Progresses bei Lost Ark. Ich hau mich raus, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Und schaut auch bei mir auf Twitch TV vorbei. Ihr findet den Link in der Beschreibung oder in der Kanal-Info. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.